Seit dem allerersten Weihnachtsfest hat sich die Welt gefragt, wie der Weihnachtsmann alle Geschenke in nur einer Nacht verteilt. Operation Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Los, los! Drei! Drei! Ein! Mission erfüllt! Wieso steigt heutzutage niemand mehr durch den Kamin ein? Hat mir gewiss nicht geschah. Lernt die Familie kennen, die Weihnachten möglich macht. Trinken wir auf mich, dass ich nächstes Jahr einen noch besseren Job mache. Er ist der Boss. Der Trutlander hat mehr gemacht als er. Er ist das Hirn. Das ist Deutschlandvater. Rechtsfahrgebot, Nationalgericht, die Wurst. Und dann gibt es noch Arthur. Ich möchte doch nur, dass es für jedes Kind perfekt ist. Doch dieses Weihnachten... Es hat eine Panne gegeben. Wir haben ein Kind vergessen! Oh je. Willst du etwa den ganzen Nordpol aufwecken? Gute Idee. Wir haben ein Kind vergessen! Wen interessiert ein einziges kleines Kind? Sie wird denken, dass sie das einzige Kind auf der ganzen Welt ist, das dem Weihnachtsmann egal ist. Weihnachten ist nicht die Zeit für Gefühle. Arthur, es gibt eine Chance. Es ist unmöglich. Früher sagte man, es sei unmöglich, Frauen das Wesen beizubringen. Komm, folge mir. Bereit! Nein! Besprichst du mir, dass du nicht so schnell fliegst? Juhu! Von Sony Pictures Animation und Artman. All die vielen Sterne. Ja, und wir sind jetzt einer von ihnen. Wir können ihnen helfen, Sir. Wir schaffen es rechtzeitig. Sie darf nicht ohne ein Geschenk vom Weihnachtsmann sein. Komm sofort nach Hause. Arthur, er überbringt das Geschenk. Arthur, Arthur! Arthur? Wir können fröhliche Weihnachten! Arthur, Weihnachtsmann. Wir können uns sehen. Leg schon den Tagungswebel um! Sei nicht in!